Moinkines, da hatte ich doch tatsächlich gerade den weiten Weg gemacht, den weiten, weiten, weiten Weg in Richtung Kaffee und was war, wie immer, wenn ich mir denke, einer ist ja zum Glück noch da, ist noch so eine Fitze drin, hab keine Lust neu zu machen, also ohne Kaffee, es reicht doch, glaube ich. Ja, die Sonderkathelöse klingt spannend. Außerdem klickt es danach, dass man sich in Rambi verwandelt, erinnere ich mich gerade daran. Und es klickt danach, dass es nicht einfach ist. Oh, was war das? Also gut, aber was war das? Okay, das ist die nächste Ebene oben, da komme ich jetzt noch nicht hin. Was ist hier? Nur Bananas. Dumm. Ja, fast auch rum. Was will mir irgendwas sagen? Muss ich hier nach unten? Nee. Ich habe gedacht, das wäre ein Witz. Das ist kein Witz. Das ist ganz gemein. Ich muss ja nach unten. Das ist ja witzig. Sieht ihr was? Nein. Das ist mal als Aufwandbecken für das Abschauen der Gesellschaft gedacht. Ah, knapp. Genau so. Ich mag es nicht. Mein Mann. Wofür nütze stürze ich mich da nicht unbedingt gerne in den Tod? Darum lasse ich es mal bleiben. Ja, ein kleiner Gravity Bug, würde ich sagen. Ab und zu steht Dixis. Pferdeschwanz, zu Berge. Hm, okay. Wenn sie an den Honig klickt, müsst ihr mal darauf achten. Jetzt zum Beispiel. Das ist klar, ja, ein ziemlich potenter Honig, würde ich sagen. Hier war jetzt unten in der Mitte. Ich gucke so wild, weil ich dachte, wäre knapp. Da muss man jetzt irgendwie hin. Aha, ein Haken ausgenixt. Das ist zu knapp. Man flucht nicht. Besser. Gar nicht so einfach. Das charmante Knatzen ist. Ja. Ihr kennt das schon. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Hallo? 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 Ich bin mir sicher, dass das genau so gemein Bad Gunstall war, der Zocken des Fußes. Und die Hummeln heißen Sänger. Das ist der Boster. Das ging aber tief herunter. Wer jetzt hat es natürlich nicht drauf gehabt, ob es doch um nichts sonst noch was gibt. Blöd halt. Möge es mir verzeihen, aber es geht ja schneller, wenn man zeigt. Echt? Nur das? Gehen wir mal davon aus, dass es satt. Sei nur das. Hab ich es jetzt vergeigt? Na toll. Ganz klasse. Du bist der MEGA-Youtuber übrigens. Und MEGA-DUN bist du auch nicht. DUN, Jungen. DUN. Singern mit Z. Ich singe. 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 Ich zwinge. Ja, es geht auf Formel 1 zu. Ui. Mann, 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 Sieht über mich, Junge? Ganz unsichtbar geknatscht. Das ist auch okay. Können wir mal machen. Ich bin ein unsichtbarer Knarcher. Ich war zu schnell. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Gutes und musikalisches Timing. Arsch. Das schaffe ich doch wieder nicht. Warum versuche ich es denn überhaupt? Hat versehentlich geklappt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich muss dazu kurz gucken. Aber nee, kommt lieber drauf. So, hier. Warum soll ich da so weit springen? Wenn es da wohl nach unten geht. Okay. Dann glauben wir das mal. Nein. Ich brauchte den doch jetzt. Schatz. Den, den zweiten meine ich. Den brauchte ich jetzt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich an dieser Stelle, auch kurz ohne Rambi, genau deswegen, ich weitergemust hätte. Den hätte ich extra drauf gehen lassen. Das war jetzt nicht mal extra. Das war einfach nur dumm gelaufen. Also dumm gelaufen. Nicht ich war dumm, sondern es war dumm gelaufen. Kriege ich jetzt aber vorher noch einen Decay fest? Kriege ich gar nicht, ne? Die Handel. Ja, ja. Ja. Da ist auf jeden Fall ein Decay fest. Aber so wollte ich es nicht. Glaubt mir, der Umweg ist jetzt gerechtfertigt. Der hier vielleicht nicht. Oh. Ja, so war das nicht gewollt. Machen wir anders. Machen wir doch mal einen Spül. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass es da in den Tod geht. Jetzt weiß ich es. Jetzt kriege ich es hin. Haha. Also glaubt mir, der Umweg ist es wert. Also wenn ich jetzt nämlich den kleinen Didi noch, oder die Dixi, oder beider lässt mich einfach beide. Ich brauche beide. Wenn ich jetzt beide bis zum Punkt, wo ich eben war, mitschleife, dann erspart uns das nämlich ein nochmaliges hereingehen in dieses Level. Und immer wieder versuchen, doch dort mit zwei Charakteren anzukommen, um die Decayments zu erwischen. So, jetzt nur noch einmal kurz ein bisschen Glück haben. Dann macht mir von hier einen auf den. Nein! Warum gehen wir da jetzt ein? Schatze! Ich bin so peinlich. Das war gewollt. Ob ihr es glaubt oder nicht? Hm. Ich quietscht gerade genauso um und maule wie die YouTuber, die ich irgendwo doof finde. Jaaa. Im Mauernfall, wenn man das alleine spielt und keine Kamera eingeschaltet ist oder sowas. Genau das wollte ich nämlich. Dann regt man sich nämlich tierisch auf und wütend und möchte alles zertrümmern. Aber wenn da eine Kamera dabei ist, dann versucht man einfach sinnvoll... Nein, versucht man nicht. Man redet einfach wie das Zeug. Jetzt habe ich das geschafft, was ich wollte. Danke. Jetzt kann ich mir auch einen gewissen Rambi holen und versuchen, die schützigen Finger abzuwischen. Und versuchen, das Level zu einem guten Ende zu bringen. Dann bin ich nicht erst bei der Hälfte. Das hat schon 300 Stunden gedauert. Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, Gegner bleibt Gegner. Auch ein Fass sein Gegner, aber nein. Aber in Kürze... Und so sollte ich vielleicht auch noch einen Bonus-Level gucken. In Kürze werde ich ein Problem mit einem Riesensinger haben. Denk ich. Warte, Rambi nun mal ein Problem mit einem Riesensinger? Denk ich. Gut, danke. Ich wollte mal gucken, ob da ein Bonus-Level ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass es kein Bonus-Level ist. Nee, das ist am Ende über dem Ziel. Ich weiß es. Ich weiß es, Herr Lehrer, ich weiß es. Ein Glück, dass gerade keiner von meinen Nachbarn mit dem Hut rausgeht. Die halten mich wieder für gekloppt. Aber ich habe schriftlich meine Nachbarin auch. Von daher macht es das. Simpel. Die anderen im Haus interessiert mich nicht sonderlich. Die sind aufgekloppt. Vielleicht sind wir nicht schriftlich, aber definitiv. Aufgekloppt. Ja. Genau, ich wollte dich fragen. Hier kommt doch jetzt diese fiese Stelle, die ich nicht erwartete. Hier wird es gehen, habe ich gedacht, wenn es so funktioniert hätte, wie ich wollte. Ungeduld ist das Game als größter Feind. Hier kommt jetzt ein Hüpfer nach unten und dann kommt Reasonsinger. Und dann... Oh, soll man das mal besser machen? Behaupten einfach, es gäbe jetzt kein... zu verpassen, dass das Jucht im Gesicht. Das ist immer ein unpassendstes Moment in der Fall. Ich gebe jetzt hier unterwegs kein zu verpassen, das Bonus-Level. Da wär's gewesen. Was war's? Mach alle Gegner fähig. Jetzt ist noch spannend, mit wem ich ankomme. Ich gehe mit Dixie aus der Mall heraus. Aus der... Aus dem Mittelfast, hab mir dann das Decay fast geholt, hab einen verloren, also komme ich jetzt mit Dixie an und... mit Dixie an? Das darf alles nicht wahr sein. Doch! Oh, ich hab gerade nämlich gedacht, da oben ist noch ein Bonus-Level, da komme ich jetzt nur mit H&A dran, aber nöch. Darum morgen den Boss in dieser... diesem Level... in der letzten Stage dieses Levels, dann gehen wir zum nächsten End-Level. Aber morgen mache ich noch das Stachel drauf und dann ist Gupfer heute. Oh Mann, oh Mann, ist das schon wieder spät? Starodrama, morgen. Ich muss doch schon wieder abgeben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.